Ja, mein Name ist Doreen Rach, ich bin Betriebsleiterin des Eigenbetriebes Dekita hier in der Stadt Dessau-Roslau. Wir befinden uns heute hier im Stadtpark der Stadt Dessau-Roslau, mitten im Herzen von Dessau. Wir haben heute hier zu feiern das Kinderfest einjährig vom Eigenbetrieb, heute zum neunjährigen Bestehen des Unternehmens. Wir haben heute hier ein Kinderfest zum Thema Tierwelten gestaltet, das heißt es findet sich das Bühnenprogramm rund um das Thema Tierwelten und viele Kinderstationen, wo sich Kinder ausprobieren können, basteln, wettstreiten und dergleichen. Riesen Seifenblasen haben wir mit dabei, also von jedem was.